Die Dreimastpark Gorch Fock I, die heute im Hafen von Stralsund ihren Liegeplatz hat, lief 1933 als Segelschulschiff für die deutsche Kriegsmarine vom Stapel. Benannt ist sie nach dem norddeutschen Schriftsteller Johann Kinau, der unter dem Pseudonym Gorch Fock schrieb und am 1. Juni 1915 in der Seeschlacht am Skagerag gefallen ist. Vor der heranrückenden Roten Armee wurde die Gorch Fock am 30. April 1945 vor Stralsund von der eigenen Besatzung versenkt, 1947 behoben und 1951 als Segelschulschiff Tovaritsch der sowjetischen Schwarzmeerflotte wieder in Dienst gestellt. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde das Schiff 1991 von der ukrainischen Handelsflotte übernommen. 2003 erwarb der Verein Talschip Frenz das Schiff, ließ es reparieren und in Gorch Fock I umbenennen. Das Schiff ist 74 Meter lang, 12 Meter breit und hat einen Tiefgang von 4,80 Meter bei einer Wasserverdrängung von 1500 Tonnen. 23 Segel mit einer Fläche von 1800 Quadratmetern verleihen dem Schiff eine Geschwindigkeit von 12 Knoten bzw. 22 Kilometer pro Stunde. Außerdem verfügt das Schiff über einen Dieselmotor. Die Besatzung bestand aus 265 Mann. Neben der Gorch Fock wurden fünf weitere typgleiche Schiffe gebaut. Die Horst Wessel wurde nach 1945 das Segelschulschiff Igel der US Coast Guard. Die Albert Leo Schlaggaeter ist heute als Saargrasch II als Schulschiff der portugiesischen Marine im Dienst. Die Herbert Norcus wurde kriegsbedingt nicht fertig gebaut und 1947 von den Alliierten mit Gasmunition beladen im Skagerag versenkt. Für Rumänien wurde 1938 die Myrtsea gebaut, die bis heute in der rumänischen Marine im Dienst steht. 1958 ließ die Bundesrepublik Deutschland als sechstes Schiff der Gorch Fock Klasse das Segelschulschiff Gorch Fock bauen, das zur besseren Unterscheidung auch Gorch Fock II genannt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Mannschaftsquartieren. Der Kapitänssalon im Achterschiff wird heute auch vom Stralsunder Standesamt für Trauungen genutzt. Das Bordlazaretten. In solchen Hängematten schliefen die Kadetten. Mit einem Blick in den Laderaum bzw. die Bergstadt endet dann auch der Rundgang durch die Gorch Fock I. Bis jetzt! Bis zu Ende! Bis jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020